Hallo mit O, liebe Nerdlinge. Heute habe ich mal wieder ein bisschen was anderes, nämlich den Report der Markt von Margaret Atwood aus dem Berlin Verlag und den möchte ich euch heute mal vorstellen. I am Nerd. Viele von euch kennen vielleicht den Roman der Report der Markt oder die Fernsehserie Handmaid's Tale, was ja der Originaltitel ist, die bei Prime zu finden ist aktuell. Die ersten zwei Staffeln gibt es dort kostenlos zu sehen und hier haben wir die Graphic Novel dazu, die von René Nault, einer kanadischen Künstlerin, wahrscheinlich wird es französisch irgendwie ausgesprochen, ich weiß es nicht genau, die das Ganze hier schön umgesetzt hat. Aber erstmal was zur Geschichte. Margaret Atwood hat hier ja eine ziemlich üble Dystopie geschaffen, die ja wirklich hammerhart ist, wie ich sagen muss. Wenn man sich das durchliest, muss man an der einen oder anderen Stelle schon ziemlich schlucken. Es geht nämlich hier um die Markt des Fred. Ja, der Name kommt daher, dass die Mägde dort nach dem Besitzer benannt werden. Ja, also sie ist die Markt des Fred. Also der Mann, der für sie zuständig ist, heißt Fred und deswegen heißt sie Desfred. Und Mägde sind in dieser Zeit die Geburtsmaschinen. Ja, das sind die einzigen fruchtbaren Frauen, die es noch auf der Erde gibt, beziehungsweise in Amerika, da das Ganze in einem zukünftigen amerikanischen Staat spielt. Der Ort oder der Staat, in dem das Ganze spielt, nennt sich Gilead, war wohl vorher die Region von Maine, wenn ich das richtig gelesen habe. Und ja, es herrschen dort christliche Fundamentalisten, die die Regierung überworfen haben und einfach ihre eigene Gesetzgebung eingeführt haben. Ja, und nach dieser Gesetzgebung sind Frauen wieder mal schwer unterjocht. So wie es vor gar nicht allzu langer Zeit ja auch noch in Europa war und heute noch in vielen anderen Ländern der Fall ist, sind Frauen einfach nur da, um halt die Kinder zu kriegen, drauf aufzupassen, die Hausarbeiten zu machen. Ja, während die Männer dann halt die wichtigen Geschäfte machen und arbeiten gehen. Denn Frauen ist es hier nämlich untersagt zu arbeiten, sie dürfen keine Freundschaften haben, ja, sie dürfen nicht mal lesen. Und das ist schon ein ziemlich starkes Stück, ne? Also, die Mägde sind rein für die Kinder zuständig, da die Frauen in der Regel unfruchtbar sind. Und nur die Mägde sind halt fruchtbar. Und sobald man fruchtbar ist, wird man auch gleich zum Markt gemacht. Die haben überhaupt keine Rechte, die leben mit den Familien dort im Haus. Und ja, sobald das Kind da ist, ist dann auch schon wieder Abschied angesagt. Dann geht es in die nächste Familie, um dort Kinder zu kriegen. Ah, schon ziemlich krasser Stoff auf jeden Fall. Darüber hinaus gibt es dann noch Matas, ja, die führen den Haushalt. Das sind so Küchenmägde, wenn man das so bezeichnen möchte. Dann gibt es noch die Kommandanten, das sind quasi die Hausherren und die sind auch sehr wichtig, was die Regierung angeht. Die haben schon einen sehr hohen Rang damit und können sich halt dementsprechend Haus, Frau und auch Personal leisten. Unter anderem auch die Mägde. Death Threat ist jetzt die Hauptfigur. Die heißt eigentlich June im richtigen Leben oder vorher, bevor dieser Umsturz kam und diese neue Gesellschaftsform eingeführt wurde. Auch sehr gewaltsam. Die wurde zum Markt herangezogen. Ja, da wurde ordentlich bestraft. Die sind quasi in einem Umerziehungslager gewesen. Ja, eine Schule, wo sie dann auf ihre kommende Tätigkeit vorbereitet wurden. Und da ging man auch nicht zimperlich mit ihnen um. Es gibt dort die Tanten, die sich um die Mägde kümmern und sie ausbilden und dementsprechend auch bestrafen. Ja, da ist Folter, ist da wirklich an der Tagesordnung. Wenn die Markt nicht spurt, dann gibt es erstmal was mit dem Elektroschocker. Die haben nämlich so Bullentreiber irgendwie, womit sie die strafen. Und bei größeren Verfehlungen gibt es dann Schläge auf die Fußsohlen oder es werden sogar Hände abgetrennt. Wobei man Letzteres hier in der Graphic Novel nicht so sieht. Das ist dann mehr schon wieder auf die Fernsehserie bezogen. Aber die Schläge auf die Fußsohlen, die sind, glaube ich, auch schon heftig genug. Und es wird auch davon berichtet, dass es auch weitere Strafen gibt. In der Graphic Novel geht es jetzt hauptsächlich darum, dass wir Death Threat beobachten, wie sie halt unter der ganzen Situation zu leiden hat. Wie sie dort in dieser Familie ist, in die sie am Anfang reinkommt. Wir kriegen immer wieder Rückblicke in ihr früheres Leben. Und auch halt die Situation unter dem Kommandanten, wie sie ihrer Pflicht nachkommt, einmal im Monat sich ihm hinzugeben, im Schoß seiner Ehefrau zu liegen und sich von ihm nehmen zu lassen. Unfreiwillig natürlich. Es ist einfach eine extrem bedrückende Geschichte. Das ist ein totalitärer Überwachungsstaat, in dem Frauen keine Rechte haben und einfach nur quasi Deko sind und das Notwendigste tun müssen. Und das ist wirklich schon extrem bedrückend. In den Rückblicken kriegen wir dann zu sehen, wie es in der Vergangenheit war, also quasi unsere jetzige Zeit. Und sehen dann auch, wie es sich dann immer weiter umkehrt und weiter in diesen neuen Staat verwandelt. Ja, wie Frauen entrechtet werden, wie sie ihren Job verlieren, weil sie plötzlich nicht mehr arbeiten dürfen, wie die Konten gesperrt werden. Also richtig ganz übler Diktaturscheiß, wenn ich das so sagen darf. Ja, und das ist schon wirklich heftig zu lesen und eine ziemlich starke Story, die dahinter steckt. Die Zeichnungen von René Naoul sind schon sehr an die Story angepasst. Ja, also der Stil passt wirklich zu dieser ganzen rückschrittigen Gesellschaft. Ja, wir haben ja hier in dem Fall so gut wie gar keine Technik mehr am Start. Ja, es ist schon fast so Amish-Niveau, obwohl es schon noch Autos gibt und sowas. Also ein paar Sachen gibt es schon noch. Man ist halt wieder ein bisschen zur Natur zurückgekehrt. Alles ist ein bisschen einfacher geworden. Ja, wieder mehr Handarbeit. Genau das sieht man dann eben auch in den Zeichnungen. Ja, wir haben Tuschezeichnungen für die Outlines und dann eher einen aquarelligen Stil. Was eben nicht so dieser moderne Kolorierungsstil ist, den man in aktuellen Superhellen-Comics oder in anderen Comics findet. Ja, wo man eigentlich weiß, das kommt aus dem Computer. Ja, das wurde mit dem Computer bearbeitet, sondern es sieht halt wirklich so aus, als wenn das Ganze auf Papier mit Wasserfarbe oder Aquarellfarben gemalt worden wäre. Und das passt wirklich echt gut zur Story. Wir haben bei den Rückblicken, sehen wir auch nochmal, dass die Outlines, die sind nicht ganz so schwarz, die sind ein bisschen zurückhaltender gegeben. Ja, um dann halt sich so abzugrenzen von den aktuellen Geschehnissen in der Story. Ja, damit man auch gleich weiß, hey, das ist jetzt eine Rückblende. So hat man halt einen gewissen Kontrast zu der ganzen Geschichte. Aber letztendlich sieht man es natürlich dann auch an der Kleidung und dem, was da passiert. Nachdem ich die Graphic Novel gelesen habe, habe ich auch die Serie angefangen zu schauen und habe jetzt schon die erste Staffel durch. Bin schon in der zweiten Staffel. Und da wäre ich eigentlich fast gar nicht drauf gekommen. Das hat mich eigentlich nie so interessiert und ich wüsste auch gar nicht, dass es eine Dystopie ist. Wenn nicht die lieben Kollegen von Gike Riki, schönen Gruß an dieser Stelle, das letztens mal in ihrem Podcast erwähnt hätten, dann wäre das Thema irgendwie ziemlich an mir vorbeigegangen. Ich habe zwar gehört, dass es gut sein soll, aber ich wusste halt nicht so genau, worum es geht. Und Report der Markt und die sind ja so ein bisschen, ja, nicht amischmäßig, aber halt so christliche Fundamentalisten, die so ein bisschen, ja, nicht so modern leben, ne. Da hätte es ja auch irgendwas in der Richtung sein können. Aber dass es wirklich so eine krasse Dystopie ist, habe ich nicht gedacht. Und die Graphic Novel, die ja auch dem Roman ungefähr entspricht, den ich leider auch nicht gelesen habe. Das ist jetzt hören, sagen. Ja, aber Margaret Atwood hatte den Roman eben für die Graphic Novel selbst höchstpersönlich aufgearbeitet. Ja, das ist quasi die erste Staffel, wobei man in der Serie, um dem Ganzen mehr Tiefe zu geben und das natürlich auch auszufüllen, ja, die erste Staffel hat zehn Folgen, sind die Hintergrundfiguren, ja, die Nebenfiguren sind alle ein bisschen mehr beleuchtet, die sind wichtiger geworden, die haben mehr Tiefe bekommen, während wir hier eigentlich in erster Linie Death Threat sehen und den Kommandanten und seine Frau, ne, und von den anderen Figuren eigentlich wenig zu erfahren ist und die halt wirklich nur am Rande auftauchen, während die dann in der Serie halt schon deutlich mehr Tiefe haben. Jetzt muss man dazu sagen, diese Tiefe tut der ganzen Serie und der Story auch ziemlich gut. Die ist zwar schon großartig, aber normalerweise, wenn eine Serie auf einem Buch basiert, dann kann die ja gerne mal Längen haben oder das wirkt alles viel zu gestreckt, weil der Stoff eigentlich nur für einen Film reichen würde. Aber da haben die Autoren tatsächlich einen zu guten Job gemacht, sodass die Serie eigentlich nochmal besser rüberkommt als die Graphic Novel oder das Buch. Vermutlich das Buch, wie gesagt, ich habe es nicht gelesen. Da gibt es halt schon einiges mehr und die Serie ist auch deutlich härter nochmal. Hier haben wir zwar schon Andeutungen durch die Folter und das Ganze, was so mit dem Schwangerwerden und der Geburt hinterher ist, ja, das ist ja alles relativ nett schon angedeutet, aber in der Serie kommt das natürlich nochmal viel extremer rüber, weil das wirklich sehr viel mehr ausgearbeitet wurde, mehr Entwicklungszeit hat und von daher ist die Serie schon ziemlich krass. Wenn ihr es also etwas leichter mögt, aber doch schon einen kontroversen Stoff lesen wollt, der wirklich eine üble Dystopie mit sich bringt, ohne aber zu hart zu sein, dann lest ihr lieber die Graphic Novel. Wenn ihr allerdings dann mehr vertragt, solltet ihr euch auch die Serie anschauen. Wenn ihr die aber gesehen habt, dann wisst ihr auch, was hier passiert. Auch wenn die Serie Dinge ein wenig ändert und in anderer Reihenfolge irgendwie aufzeigt, aber dennoch spielt hier die komplette Staffel irgendwie ab. Was auch interessant ist, dass es inzwischen ein zweites Buch gibt, das die Zeugin heißt. Ja, da wird die Geschichte nochmal von anderen Charakteren erzählt, quasi das, was danach passiert, aber schon einige Zeit später. Wir erfahren also nicht unbedingt aus Sicht von Death Threat, wie es weitergeht. Soweit ich weiß, basiert aber die zweite und die dritte Staffel nicht darauf. Die sind wirklich losgelöst, entwickeln die Geschichte weiter und haben dann halt damit eigentlich nicht mehr viel gemein. Ich bin jetzt dabei, weiterzuschauen. Ich weiß noch nicht genau, wie es weitergeht. Habe bisher eigentlich nur Gutes gehört. Wobei ich ja immer die Gefahr sehe, wenn eine Serie das Buch, auf dem sie basiert, im ersten Teil irgendwie schon abhandelt und dann einfach was dran gestrickt wird, um den Erfolg weiterzuführen, dann geht das häufig in die Hose. Aber Handmaid's Tale soll ja recht gut sein. Ich bin also gespannt. Momentan geht's halt noch ganz gut weiter. Mal gucken, wie sich das Ganze noch entwickelt. Auf jeden Fall gibt's für die Graphic Novel eine Empfehlung. Ist düster gehalten. Einfach mit einer wirklich krassen Geschichte. So mal was Hochwertiges zum Nachdenken. Weil da gibt's tatsächlich auch ein paar Anregungen, über die man mal nachdenken konnte. Weil da, was da so passiert, das ist nicht ganz abwegig. Ja, also es gibt durchaus, wie gesagt, schon immer noch Staaten, bei denen Frauen keine Rechte haben. Es ist auch hier im Westen nicht so lange her. Ja, eigentlich sind Frauen ja immer noch nicht wirklich hundertprozentig gleichberechtigt. Man muss immer noch dafür kämpfen. Und das hier kehrt das halt nochmal ins Extrem irgendwie um. Ja, ein Riesenrückschritt in die Vergangenheit quasi und nochmal ordentlich was obendrauf gesetzt. Da hat Margaret Atwood schon einen richtig tollen Roman geschrieben. Und der ist auch super hier umgesetzt. Ist, wie gesagt, beim Berlin Verlag erschienen. Kostet 25 Euro. Berlin Verlag hat mir jetzt vorher nicht so viel gesagt. Habe ich nachgeschaut. Gehört zu Pipa. Und die haben ja schon einiges rausgebracht. Und im Berlin Verlag sind dann auch die Romane dazu erschienen. Könnt ihr also auf jeden Fall mal reinschauen. Viele Graphic Novels. Oder eigentlich habe ich jetzt so bei der ersten Suche keine andere Graphic Novel dort gefunden. Die ist wahrscheinlich halt dort erschienen. Weil eben auch die Romane dort erschienen sind. Von daher könnt ihr da ja mal reinschauen. Wenn ihr eher Roman interessiert seid, findet ihr da vielleicht auch was. Andere Romane von Margaret Atwood gibt es auch noch. Lohnt sich also vielleicht. Jo, ansonsten bin ich durch für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da. Und Kommentare, Daumen sind wie immer auch gerne gesehen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.